Wann haben Sie das letzte Mal mit ihr gesprochen? Es ist ein paar Wochen her. Grandma? Mom? Grandma! Mom! Sie hat mich vor ein paar Wochen angerufen. Sie klang verängstigt. Sie glaubte, dass jemand im Haus sei. Tee? Weißt du, wo du gewesen bist, Mom? Offenbar bin ich draußen gewesen. Was ist das? Die Hütte stand schon auf dem Grundstück, als dein Großvater es geerbt hat. Er hat den Verstand verloren. Du darfst Grandma nicht in ein Heim stecken. Sie kann hier nicht länger allein leben. Sie braucht Betreuung. Alles in Ordnung, Grandma? Ich glaube, es ist hier reingekommen. Was? Na, was auch immer jetzt im Haus ist. Mom, was hast du? Es ist hier, unter dem Bett. Da ist nichts unterm Bett, Mom. Siehst du bitte noch? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich kann dich sehen. Es ist hier. Das Haus kommt mir fremd vor. Das Haus kommt mir vor. Das Haus kommt mir vor. Es ist hier, nach der Welt. Ich bin hier, nach der Welt. Vielen Dank.